Wir gehen auf 1000. Wen nützt es oder wie der Lateiner es ausdrücken würde? Cui, Bono, Eminem, Elvis oder Sting? Cui, Cui, Cui? Ich hatte Latein in der Schule. Und Sie kennen alle vier? Nee, ich kann mich jetzt auch total blamieren. Aber ich würde sagen, es ist A, Bono, weil Bono oder Bene ist ja gut. Cui, Bono, wen nutzt es? Cui, Bono, Cui, Bono, Cui, Bono, Cui, Bono, Cui, Bono, Cui, Bono, Cui, Bono. Dann die Frage, Cui, Bono, wem nützt das Ganze eigentlich? Ich nehme A, Bono, weil es andere gibt keinen Sinn. Ist nochmal gut gegangen. Wörtlich übersetzt, wem zum Guten. Das wird dann verwendet, wenn es irgendein komisches Ereignis gab und man nicht weiß, wer hinter einer Tat, hinter einem Verbrechen oder hinter einem Ereignis steckt und dann fragt man, wer steckt dahinter, wem könnte es nutzen. Cui, Bono.